Hallo und herzlich willkommen bei Zockerpuls. In diesem Video haben wir für euch die besten Gadgets für das Auto zusammengestellt. Unsere ausgesuchten Produkte haben wir für euch in der Videobeschreibung verlinkt, damit ihr sie schnell und einfach finden könnt. Wir wünschen euch viel Spaß und sind gespannt, ob euch die Gadgets ebenso gut gefallen wie uns. Es ist einfach nur nervig, wenn ihr Lust auf eine kühle Cola habt und nicht wisst, wo ihr die Flasche oder die Dose abstellen könnt. Zwar haben einige Fahrzeuge inzwischen schon einen Getränkehalter, die Betonung liegt dann aber auf einen Getränkehalter. Entweder Fahrer oder Beifahrer können hier etwas abstellen. Mit diesem coolen Gadget braucht ihr euch darüber keine Gedanken mehr zu machen. Die Seitenaufbewahrungstasche für den Sitz bietet auf jeden Fall genug Platz, um hier die wichtigsten Dinge unterzubringen. Sie lässt sich einfach anbringen und auch wieder abnehmen und macht es euch noch leichter Ordnung im Auto zu halten. Schon wieder haben sich Bonbonpapier, Taschentücher und andere Reste im Auto gesammelt und müssen jetzt zusammengesucht werden. Es ist aber auch verlockend, da wo man gerade sitzt den Müll in die Seiten der Autotüren zu stecken oder schnell in die Ablage vorne an der Armatur zu werfen. Damit ist aber Schluss, wenn ihr euch für den Abfalleimer für das Fahrzeug entscheidet. Immerhin bis zu anderthalb Liter, also 1,5 Liter Fassungsvermögen sind hier dabei und er kann mit einer Mülltüte versehen werden. Es war noch nie so einfach das Fahrzeug sauber zu halten und dafür zu sorgen, dass nichts mehr rumliegt. Auch das Design kann sich sehen lassen. Auffällig ist der Mülleimer auf jedem Fall nicht. Ihr merkt schon, Ordnung ist auch im Auto das halbe Leben. Und weil es ebenso schön ist, sich in ein sauberes und ordentliches Auto zu setzen, haben wir uns noch auf die Suche nach einem praktischen Ritzenfüller gemacht. Autos, die zwischen den Ritzen, vom Sitz und Mitte noch Platz haben, gibt es genug. Mit dem Ritzenfüller verhindert ihr nicht nur, dass der Euro nicht dauernd dazwischen fällt, ihr habt auch noch Platz, um hier ein paar Dinge unterzubringen. Wechselgeld, Taschentücher, Kekse. In diesem Gadget ist alles griffbereit und es sieht dazu auch noch lässig aus. Das hier ist wirklich eines unserer Lieblingsstücke. Der Schirm mit LED Leuchte findet in eurem Auto seinen festen Platz und ist immer griffbereit, wenn ihr ihn braucht. Vorbei sind die Zeiten, wo ihr mit eingezogenem Kopf aus dem Auto sprinten musstet. Ihr habt jetzt einen Schirm, der nicht nur praktisch ist, sondern euch auch noch den Weg leuchten kann. Gerade bei Regen ist das auf jeden Fall eine echte Hilfe. Und wenn es nicht regnet, habt ihr so im Dunkeln eine Taschenlampe zur Hand. Was bei den besten Auto-Gadgets natürlich auch nicht fehlen darf, ist die Halterung für das Smartphone. Hier gibt es ja inzwischen wirklich viele Lösungen. Wir haben aber festgestellt, dass diese Variante besonders praktisch ist. Die Halterung kann am Lüfter angebracht werden und funktioniert magnetisch. Das heißt, ihr stattet euer Smartphone einfach mit dem unsichtbaren Magneten aus und könnt es dann einfach an die Halterung machen. So sitzt es fest, muss aber nicht erst reingeklickt oder wieder rausgefummelt werden. Damit kennt ihr unsere 5 liebsten Gadgets für das Auto. Und wir finden, sie sind alle ziemlich cool. Welches gefällt euch denn besonders? Und welches ist bei euch vielleicht sogar schon im Auto im Einsatz? Wir lieben den coolen Regenschirm und sind immer wieder glücklich über die Sitzablage, in der wir die Getränkeflaschen abstellen können. Damit ihr nach den Produkten nicht lange suchen müsst, haben wir alle in der Videobeschreibung verlinkt. Euch gefällt das Video? Dann gebt uns gerne den Daumen nach oben. Wir machen uns dann auf die Suche nach weiteren Ideen. Abonnieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Ciao!